grausamer fall in mannheim sind stürzenberger und seine anhänger selbst schuld so schon die meinung vieler oder ist es polizeiversagen oder ist alles noch viel schlimmer eigentlich weiß man gar nicht wie man das nennen soll grausam oder horror beschreiben es nicht wirklich diese ohnmacht die einem klar wird gegenüber einer realität die man öffentlich verschweigt von den etablierten ist eine abstrusität die man kaum in worte kleiden kann dass sowas wie in mannheim kommen wird war absehbar ein sich erzwingender logischer fakt vor dem lange gewarnt wurde doch etablierte politik und presse schweigt hier lieber und kehrt um macht opfer zu tätern die permanente hetze der presse gegen kritiker allerlei art die nicht zum etablierten spektrum gehören ist ja sicher ein grundpfeiler dieser situation jedenfalls würde so die presse selbst argumentieren wenn ein rechtsgerichteter einen linken derartig angreifen würde beziehungsweise die rollen vertauscht wären und das opfer ein moslem wäre der von einem rechten attackiert wurde es würde presseschlagzeilen geben die noch am selben tag das internet fluten voller moralischer entrüstung empörung und missachtung der tat dies fehlt hier jedoch im fall lübcke oder reka gab es zum beispiel genau diese öffentliche empörung die aber hier nun verwehrt wird erst vor kurzem wurde von nancy faeser der fall lübcke gleichgesetzt mit den sylter gesängen nach dem prinzip das singen ausländerfeindlicher parolen zu tanzmusik würde menschenleben kosten wenn dem so ist dann wiegt die tat der presse hier schwer die seit jahren den hass gegen alles schürt was man irgendwie als rechts verorten kann und kritik am islam ist eben eine solche sache egal ob es berechtigte oder unberechtigte kritik ist sie gilt als rechts und als gegner einer wehrhaften demokratie eine wehrhafte demokratie die parolen singt wie ganz berlin hasst die afd von unzähligen millionen menschen gesungen oder kritiklos hingenommen auf den sogenannten demos gegen rechts wurde hier die keimzelle einer pflanze gesetzt die nun erblüht aber auch die sylter gesänge gebaren keine reaktion der sachlichkeit und intelligenz man übertraf sich gegenseitig mit hass und hetze gegen die sogenannten sylter rich kids damit ihr leben nun für immer ruiniert ist gehören ihre namen ins internet und sie müssen ihre jobs verlieren begleitet von beleidigungen und gewaltandrohungen aller art was man sich als weltverbessernder guter mensch als tat des heldentums an die brust heftet während massenhaft prominenz im fahrwasser der angeblichen demokratischen höchstleistung aufmerksamkeit haschend mitschwimmt um sich hier die begehrte ich bin der überlegene bessere mensch medaille abzuholen werden sich promis und ihr allerlei anhang bestützend ähnlich zum stutzenberger fall äußern werden selbige influenza künstliche tränen in die kameras weinen ich bezweifle es dass eine solche vom hass aufgeladene öffentlichkeit und meinung animierende wirkung entfaltet ist laut presse eine tatsache wird aber hier nun im fall von stutzenberger nicht angesprochen im gegenteil die ersten stimmen trauen sich nun schon zu sagen in weichgespülten formulierung die durchblicken lassen der ist ja selber schuld weil er ist ein extremist übrigens eine gesicherte erkenntnis vom verfassungsschutz auch die schlagzeilen der presse klingen merkwürdig erst recht wenn man sie vergleicht mit den schlagzeilen zu sylt die sprachlich sehr viel anders gelagert sind zu stutzenberger liest sich oft wer ist dieser mann oder ähnliche titel um uns dann zu erklären dass dieser mann ist ja eigentlich selbst heraufbeschworen und damit verdient hat und man eben über ihn weiß dass er das personifizierte böse ist auch dass sich jemand distanziert von solchen taten liest man bis jetzt nicht so wirklich auch keine demos von moslems die dagegen auf die straße gehen und sagen nicht im namen meines gottes nicht im namen meines glaubens auch das verharmlosende verhalten zu pro palästina demos ist etwas das hier bis jetzt jedenfalls in keinem zusammenhang gesehen wird wo man sogar noch dabei ist gewalt gegen polizisten zu verharmlosen während man im fall stürzenberger er den eindruck bekommt die polizei wird hier von der presse als das opfer gesehen obwohl die polizei inkompetent handelte und sogar zuerst den täter befreite so dass dieser noch mehr schaden anrichten konnte und liest man berichte zu früheren veranstaltungen von stürzenberger so soll die polizei wohl häufig nachlässig mit der sicherheit umgegangen sein und diesen eindruck gewinnt man hier bei diesem vorfall ebenso da man bildlich genau nachverfolgen kann wie eine völlig überforderte polizei nicht weiß was sache ist und inkompetent handelt und das eben nicht nur zum schaden der opfer sondern ebenso zum eigenen schaden anders lässt sich auch nicht erklären wie die polizei offensichtliche helfer festgenommen hat auch dass hier in bezug auf gewalt gegen politiker die worte wieder lauter werden nein das sucht man vergebens das thema hat man ja schon nun wieder etwas länger vergessen und ad acta gelegt weil man gemerkt hat dass die opfer der gewalt in erster linie vertreter der afd sind und die möchte man ja ungern in der opferrolle sehen egal ob sie es faktisch sind oder nicht lieber ruft man weiter zu hass und hetze gegen alles auf was man für rechts hält etablierte presse und politik haben eine merkwürdige situation geschaffen wo probleme verharmlost werden in einer absurden art und weise dass man sich fragt wie diese leute mit ihrem gewissen das überhaupt vereinbaren können da ist ja laut ihrer eigenen sichtweise menschenleben kostet während sie aber gleichzeitig immer wieder zu hass aufrufen den sie angeblich so verabscheuen aller islamkritiker sind selber schuld eine differenzierte berichterstattung findet nicht statt jedenfalls bis jetzt nicht ich hoffe auf besserung im übrigen ein tag zuvor am 30 mai hat sich darüber ein islamkritiker bei lands beschwert und zwar amad ansur der übrigens selbst moslem ist von der presse aber schon als helferlein der rechten betitelt wurde in der landssendung vom donnerstag wunderte sich der lands dass so viele leute abgesagt hatten und nicht in einer kritischen islamrunde diskutieren wollen und man so meinte dazu nach jeder talkshow bin ich auf der titelseite der boulevard presse und mir werden die schlimmsten dinge vorgeworfen da wird diskreditiert da wird informiert es geht gar nicht um das wirkliche gespräch was in unweich gespülten wurden letztendlich heißt na ich will nicht kritisch über den islam was sagen weil dann ruft die presse zu gewalt gegen mich auf und es hat ja sogar schon von den öffentlich rechtlichen ein journalist öffentlich verkündet nicht mehr über den islam zu reden weil ihm niemand ihm helfen möchte sondern man über das thema schweigt er gewalt erfährt und er angst um sein leben hat also tagesschausprecher konstantin schweiger übrigens wie es einem islamkritiker im alltag ergeht kann man bei einer doku über amad man sur sehen die leider keine große diskussion oder empörung ausgelöst hat weil die sylter gesänge waren wichtiger jedenfalls kann man da sehen wie er unter ständigem polizeischutz steht aber da der halt ziemlich guten polizeischutz hat sucht man sich halt islamkritiker wo das nicht der fall ist was man als polizei nur nach rein logischen denken hätte wissen müssen und entsprechend handeln sollen im fall stutzenberger hat man das aber nicht man fragt sich wieso war die polizei so schlecht vorbereitet war es reine inkompetenz inkompetenz oder volle absicht so nach dem motto na wenn wir glück haben erwischt stehn ich hoffe doch nicht aber wer weiß was die presse schon angerichtet hat in den köpfen vieler polizisten die hier sich fragen warum denn eine wehrhafte demokratie solch eine person schützen sollte tja wie gesagt ich hoffe doch nicht ich hoffe doch es war einfach wie üblich reine inkompetenz die frage lautet jetzt aber was wird in den nächsten tagen passieren die mainstream presse wird wahrscheinlich einige alibi berichte veröffentlichen damit man später darauf hindeuten kann man habe ja berichtet wird das thema aber möglichst schnell in der versenkung verschwinden lassen weil es schlecht für die europa wahl ist während die sogenannten alternativen medien natürlich auf dem ganzen ding verharren werden ändern wird sich dabei nur wenig bis gar nichts da man sowieso ja schon grundsätzlich schweigt zum seit jahren bestehenden problem der steigenden kriminalitätszahlen und man die gefahr lieber bei beleidigung im internet sucht gegen politiker wie baerbock habeck und co oder man eben glaubt schlecht abgekupferte dumme texte zu bekannten liedern singen sei eine landesweite gefahr am ende wird der stutzenberger fall einfach nur eine weitere zahl im system sein der kriminalitätsstatistik über die man eben schweigt und nicht redet und da ja nun am 9 die europa wahl ist wird es zeit das thema möglichst schnell in der versenkung verschwinden zu lassen es sei denn man hat endlich mal vor die afd inhaltlich zu stellen das glaube ich aber eher weniger denn da arbeitet man sich weiterhin an angeklagten und vermeintlichen parolen ab und da ist wohl das geistig höchste was man von der presse in nächster woche erwarten kann ist dass sie sagen wird die afd missbraucht diesen fall nutzt ihn aus für eigene politische ziele wie verwerflich so etwas zu instrumentalisieren oder ähnliche immer wiederkehrende wurthülsen die am ende nur einen zweck verfolgen dem bürger zu erklären über welches thema er besser nichts zu sagen hat und besser schweigt denn ansonsten würde es ihm schlecht ergehen weil man finde schon seinen namen raus und wisse wo er arbeitet und wohnt schweigt